ja willkommen zurück und zwar habe ich jetzt zwei wochen youtube pause und ich melde mich dann wieder lasst mir nachschauen am 10 august bin ich wieder da und dann kann es sein dass ich noch eine woche youtube pause mache es kommen keine videos nichts dabei im internet gar nichts und dann bin ich wahrscheinlich wieder zurück sollte ich noch eine woche länger bleiben bis nach dem 10 august noch eine woche länger dann bis 17 dann sage ich noch bescheid nach meiner extra video dankeschön und ja ich wünsche euch einen schönen urlaub